Seelsorgetag, bald schon geht's los. Am 3. Oktober öffnen sich die Türen hier im Dobel zum Seelsorgetag und du bist herzlich eingeladen. Das Thema dieses Jahr heißt stacherliche Persönlichkeiten. Menschen, die uns schwerfallen, die uns die Kräfte rauben und wir uns fragen, wie gehe ich mit denen denn gut um? Dazu haben wir einen tollen Mann eingeladen, Jörg Berger, hat ein Buch darüber geschrieben, ist selbst Psychotherapeut und es wird richtig gut. Nachmittags kommt Martin auch mit einem guten Impuls, der uns mit reinnimmt in die interkulturelle Herausforderung von dem gleichen Thema. Von daher seid auf jeden Fall dabei am Seelsorgetag in Präsenz auf alle Fälle. Alle Informationen, wer kommen kann und so weiter, findet ihr auf unserer Homepage und da einfach eingeben www.seelsorgetag.swdic.de und da bekommt ihr die aktuellen Infos. Auf jeden Fall seid dabei, wir freuen uns auf euch. Bis dann, ciao!